Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Yoshi's Crafted World. Und wir werden, nachdem wir jetzt hier in dem Octodog sind, erstmal uns kurz ein bisschen ein anderes Outfit zulegen. Ich habe hier nämlich jetzt schon ein paar aus der... Können wir nehmen das hier? Das ist so eklig. Das passt aber voll gut. Oh mein Gott, das schaut aus. Gehen wir weiter. Wir müssen ins Los-Los-Land. Da ist nämlich das nächste. Und hier haben wir Schnuffel auf der Rolle. Eine neue Welt. Wir müssen... Okay, wieder 100. Alles klar. Wie beim letzten Mal auch. Nur diesmal in einer Welt, die Schnuffel als Thema hat. Ich versuche mal wieder mal die 100% direkt. Das ist so geil aus dem Schleim. Oh mein Gott, das ist süß. Die Welt ist mega putzig. Au! Ich dachte, wir können das hier vielleicht irgendwie... Nee, okay. Können wir nicht. Direkt mal schauen, ob wir irgendwas im Hintergrund ist. Okay. Sehr gut. Der da ist auf jeden Fall ein... Ja, ich wollte gerade sagen. Und da seht ihr im Hintergrund. Es war klar, dass auch noch einer steht. Was ist das denn? Aber das ist doch gar kein Schnuffel. Das ist ja ein mega süßes Teil. Und... So, direkt mal schauen, ob wir irgendwas im Hintergrund haben. Wir müssen da hochkommen auf das. So, wenn der hier vorne ist. Verdammt. Jetzt. Ha. Perfekt. Das ist auch die erste. Das ist immer super, wenn man merkt, dass es die erste. Man hat nicht irgendwas anderes vergessen. Ich habe das Gefühl, dass da unten irgendwas ist noch. Ha. Genau. Da geht es nicht auch nach unten. Ha. Und die ersten der roten Münzen. Nichts, dass wir hier irgendwelche verpassen. Wofür ist das denn gut? Ah, okay, das ist einfach nur dafür. Ah. Da könnte ich auch einfach nicht schluffel als Bouncer nehmen. Geht auch. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Da hinten ist ein Schaf. Und da haben wir 10, 20, 1. Okay, Moment. Die 20 kommt nach der 10. Oh, nein. Der Scheigai. Der hat sich aufhört, hinter uns zu verstecken. Was war das? Hier ist ja noch einiges, was wir im Hintergrund hier haben. So. Der Scheigai war 60 hinter uns. So. Sehr gut. Und da hinten auf jeden Fall das Geschenk. Moment, wir haben schon alle weg verschossen. So. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas dahinter noch ist. Aber definitiv haben wir das Schaf noch weg. Ich habe noch ein bisschen wenig von denen. Nein. Verdammt. ok und darum ist auch ein schaf auf dem berg noch keine neue traum sonne hier aber bitte ich habe ich habe keine verpasst hier durchgucken oh nein wird sein so oh Gott nein, nein, ach Mist habe ich direkt die traum sonne da bin ich erwischt weil wir ewig nichts getroffen haben verdammt ok ok oder so da hinten ist einer das ist dann bestimmt bitte dass die dritte sein ja dann ist es nur eine die uns fehlt und hier haben wir auch schon 13 von ok für die drei eier sehr gut da unten ist aber auch noch mal hin nix vergessen hier ist egal wenn wir da noch mal rein müssen für die traumsonne ist auch nicht so schlimm weil da wissen wir ja wirklich wo sie ist ich habe das ist aber die erklärung für schnuffel gewesen war es noch kam wow schnuffel macht sie alle platt mal gucken ob wir nicht im hintergrund noch irgendwas haben da ist nichts mehr was zieht denn an ich hoffe wir müssen irgendwie durch hier schnuffel hol die blume sehr gut schnuffel schnuffel ich habe hier was mein schnuffel zurück lassen den kleinen schnuffel kriminein provocer für schnuffel kommt mit ich bin mir sicher platt das ist das ist da hinten haben wir aber noch was ich habe es hier noch nie im hintergrund diese roten teile gehabt ich gucke mal ich hoffe dass wir jetzt hier ach gott schnuffel wir haben schon wieder versaut nein nah verdammt habe ich steht nein 15 das ist auch keine münze mehr was wo ist denn und wenn du sie von vorne bewerfen das auch wieder nichts ich habe hier vorne drauf werfen nach der aber ist heute die zehn traur ist drauf werfen okay jetzt aber so rum und dann hier wenn es weg ist nach unten ja die beiden blumen haben wir ja eigentlich sicher moment wie kommen wir denn da zurück es ist safe hier super verwirrend moment ich habe es gesehen eben hier unten in welche richtung geht denn der weins moment okay das war wieder hier ein paar von den eiern sehr gut jetzt haben wir schnuffel dabei an uns fehlen ein paar von den roten münzen sagen wir gehen da gleich noch mal direkt rein aber schnuffel haben erst mal im ziel das stoffel ist so mega süß okay hat uns fehlen vier rote münzen und die zwei blumen was los mit schnuffel ein kleiner bin ich schnuffel noch einer und noch einer oh mein gott na ja komm wir suchen die stoffel wir müssen die stoffel finden hier vorne ist auch noch was wir können der hoch ach so das ist super weird schnuffel schnuffel aber was bringt uns das hier super hinter dem einen fest das ist super komisch aber wir brauchen noch momentan die ganzen anderen schnuffels welchen schnuffel wer hier noch immer einer hinter dann sind sie gut versteckt nein nur zwei dann schnell nur drei noch hinten ich habe alles was anderes brauchen wir hier gar nicht in der welt auch die schnuffels wir hören ja wenn schnuffel da ist da unten so so nein ich will zum schnuffeln schnuffel nochmal jetzt haben wir ihn jetzt schnell ins ziel ich weiß gar nicht mehr wie die zeit war aber wenn wir hier nur die schnuffels finden müssen dann haben wir nämlich auch alles schon alle drei schnuffel 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 trinkt schnuffel die nach auch mein schöner karton da ist er die welt noch krass und mein verdeck ich da irgendwas hier war ich doch schon mal ich habe ich habe das zeitfenster schon überschritten oh mein gott bitte sag mir nicht dass es 24 war aber fünf minuten sehr gut sehr geil das richtig gut damit fehlt uns in der welt davor nämlich auch nur noch ihr könnt jetzt überall erfolgreich gut schnuffel suchen und hier haben wir wieder welche 5 direkt haben wir gleich mit ultra selten mit dabei jetzt nicht dabei das erste mal finde ich direkt am anfang dabei haben was zum schafe wow direkt die ganze schafe gelbe laster ne dann hole ich noch die beiden blumen und dann gucke ich gleich noch mal rein ach ich gucke auch mal die stoffel haben wir hier aber schon genau wir uns fehlen vier münzen und was finde richtig viele blumen krass ich denke weil die suche ich jetzt noch ein bisschen im auf und dann sehen wir uns dann beim nächsten mal wieder bei schnuffel auf reisen und dazu ich so lange noch ein bisschen die verlorenen blumen bis zum nächsten mal ja ja ja